Guten Tag und herzlich willkommen auf der Nachhaltigkeitsseite der Thüringer Aufbaubank. Ich freue mich ganz besonders über Ihr Interesse an unserer Seite, denn das Thema Nachhaltigkeit wird gerade für uns als Thüringer Aufbaubank immer wichtiger. Wir bieten ja immer mehr Förderprogramme an, die für grüne Technologien und die vor allem auch für verbesserten Klimaschutz stehen. Nehmen Sie zum Beispiel die Förderung von Photovoltaikanlagen oder auch die Renaturierung von Flussläufen oder ganz besonders die Green-Tech-Forschung in Unternehmen an den Hochschulen. Investoren, die heute unsere Papiere kaufen, sind an mehr interessiert als an der reinen Rendite. Sie sind auch immer stärker an einer nachhaltig wirtschaftenden Thüringer Aufbaubank interessiert. Wissen Sie, Nachhaltigkeit ist für uns eben nicht nur eine Zahlengröße, denn wir wollen nachhaltige Investitionen in Thüringen fördern und dann müssen wir als Thüringer Aufbaubank auch mit einem guten Beispiel in dem Thema vorangehen. Unsere Aufbaubanker haben ein Nachhaltigkeitsteam gebildet. Sie arbeiten ehrenamtlich dafür, dass in unserem Arbeitsalltag möglichst umweltschonende Ressourcen in Anspruch genommen werden und dass damit insbesondere das Klima geschützt wird. Beispielsweise läuft die Energieversorgung mit eben echtem Ökostrom seit Jahresanfang. Wir haben ein nachhaltiges Mobilitätskonzept für unsere Fahrzeugflotte. Wir haben erhöhte Standards beim Arbeits- und beim Brandschutz. Auch das ist Teil unserer Nachhaltigkeitsarbeit. Insgesamt hat sich die Bank sieben Umweltleitlinien gegeben, die sich nicht nur in der Geschäftspolitik der Bank wiederfinden, sondern die zum Teil unserer täglichen Entscheidungsprozesse und damit unsere Arbeit geworden sind. Ich verspreche Ihnen, wir werden unsere Aktivitäten für noch mehr Nachhaltigkeit in den nächsten Jahren ausbauen. Denn da sind wir nicht nur unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und unseren Kunden schuldig, sondern da sind wir den Menschen in Thüringen schuldig. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Klicken und ich freue mich auf Ihr Feedback. Vielen Dank.